Söder ist einer dieser Politiker, die verstanden haben, Social Media ist muy importante. Da sind die Wähler der Zukunft. Aber das ist auch alles, was sie über Social Media verstanden haben. Deshalb ist das, was sie posten, ein bisschen weird und peinlich. Explodiererisch. Guckt mal, Söder betritt einen Raum. Hey Praktikant, Söder ist für die Presse Fahrrad gefahren. Kannst du diese ganzen Kack-Bilder mal mit so richtig hässlichen Transitions in den TikTok verwandeln? Ja, wirklich die hässlichen Transitions. Oder mein absoluter Liebling, Söders Tassen. Ja, Söders Tassen. Aber so richtig Schmerzen tut nicht das TikTok, sondern die Kommentare. Oh, ne Marvel-Tasse, voll sympathisch. Stell dich vor, irgendwer hat eventuell die CSU gewählt gegen ne Tasse. Ne Tasse. Ey, hallo. Ey, hallo, ne Tasse. Sie haben auch dieses Meme gemacht mit You may wonder how I got in this Situation. Hallo, ähm, ja. Ja, tu ich. Und ich glaube, es kommt ein bisschen anders bei mir an, als ihr es gehofft habt. Sie haben eben zum Geburtstag auch noch eine Slideshow gemacht. Wurde einfach zeigen, wie er halt gealtert ist, was wir ein bisschen anders interpretieren. Dieser junge Mann hatte einfach alles, was man sich wünschen kann. Eine strahlende Zukunft, gutes Aussehen und ne Menge Swag. Doch dann ist er einem Kult verfallen, die einen rechtskonservativen Politiker aus ihm gemacht haben. Seine Haare fielen aus und er laberte nur noch Scheiße. Wir alle sollten aus seinem Leben lernen. Konservatismus. Nicht even einmal. Er ist natürlich auch auf Instagram aktiv. Da zeigt er stolz, wie er das feinste Bullensperre aus der Region testet. Mhh. Okay, es ist Milch, aber es ist auch so ein Politiker-Ding. Ich meine, geht mal auf so ein Presse-Event und lässt sich dabei fotografieren, wenn man so ein Glas Milch trinkt. Das ist so, wer macht so was? Politiker. Hier finden wir aber auch statt cringy Zusammenschnitten Zitate mit Inhalten. Also es wird noch schlimmer. Es ist falsch, Gendern, Zwanger zu verordnen. Es gibt keine Verordnung zum Gendern. Niemand zwingt dich. Es ist falsch, staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen. Es gibt keine staatlichen Vorgaben zur Ernährung. Es gibt nur den Nutri-Score, aber wer hat den nochmal gemacht? Es ist falsch, Drogen wie Cannabis freizugeben. Was? Ihr denkt euch zwei Zwänge aus, die nicht existieren, um dann einen dritten Zwang zu erwähnen, der tatsächlich existiert, um den zu loben und quasi zu wollen, dass der bleibt? Wer macht so was? Wer denkt sich so was auf? Wer liest es und denkt sich, wow, ja, das ist... Aussage damit? Damit ziehen wir. Aber sie ziehen wahrscheinlich wirklich bei ein paar Leuten damit. Jeder darf sagen und schreiben, was er will. Aber wenn man angegriffen wird oder sogar mit Sanktionen rechnen muss, weil man Genderregeln nicht einhält, ist das inakzeptabel. Wir sind ein Freistaat und kein Zwangsstaat. Welche Sanktionen und welche Genderregeln? Ich meine, es ist ja okay, dass ihr kein Fan von Gendern seid. Aber welche Sanktionen? Und dieser Post bezieht sich laut Beschreibung auf die Ampel. Und die macht so eine Sanktion nicht. Dass sie halt einfach populistisch irgendwas raushauen und hoffen, dass es niemand kontrolliert, merkt man auch an diesem Post. Es ist falsch, Hartz IV durch ein Bürgergeld zu ersetzen, bei dem Motivation zur Leistung keine Rolle mehr spielt. Aber genau darum geht's doch. Das Problem bei Hartz IV momentan ist doch, dass viele Hartz-IV-Empfänger bei gewisser Arbeit weniger verdienen würden, als wenn sie einfach zu Hause bleiben würden und harzen. Und genau das soll doch ersetzt werden, dass wenn du halt dann arbeiten gehst, dass du dann mit mehr Geld rauskommst, dass es motivierend ist, arbeiten zu gehen. Ich meine, es hängt natürlich auch alles damit zusammen, dass unsere Löhne ein bisschen niedrig sind. Und es ist natürlich auch offen, ob die Ampel wirklich was Gutes umsetzt. Aber das Problem, was du beschreibst, ist das Problem von Hartz IV. Und Söders neues Lieblingswort ist übrigens Bayern-Bashing. Und ich mag das Wort an sich. Klingt schon geil. Klingt nach etwas Gutem. Aber bei ihm heißt Bayern-Bashing, Bayern kriegt keine Extrawurst. Also wenn Bayern nicht quasi 50% der Inhalte der Bundesregierung entscheiden darf und 50% der Steuergelder kriegt und sowas, dann ist es Bayern-Bashing. Außerdem hat Bayern ja auch ein Vorrecht auf Minister. Der hat sich ja tatsächlich beschwert, dass es keinen Minister aus Bayern gibt. Das ist halt so. Ja, ich glaube, es gibt exakt 16 Ministerposten. Da kann es mal passieren, dass keiner aus Bayern kommt. Das passiert. Außerdem handelt 50% seiner Post über erneuerbare Energie. Guck mal, Solaranlein. Wow, Bayern ist number one. Wow, wir machen so viel zu erneuerbaren Energien. Bayern ist so krass. Okay, das müssen wir jetzt aber erst mal ein bisschen in den Kontext packen. Bayern produziert tatsächlich den meisten Strom aus erneuerbaren Energien. Aber Bayern ist auch das größte Bundesland Deutschland. Schaut euch doch einfach mal an, wie verfickt groß Bayern wirklich ist. Heißt natürlich mehr Platz für Solar und Wind. Oder halt Wasserkraftwerke. Die funktionieren einfach nur in Regionen mit Bergen. Da braucht man, glaube ich, Staudämme und so. Aber das Bescheuerte ist ja, er flext mit erneuerbaren Energien, obwohl seine Partei ja aktiv verhindert, dass mehr in erneuerbare Energien gesteckt wird. Sie haben zum Beispiel die tolle 10H-Regelung eingeführt. Wann ist 10? Ja. Also ein Windrad muss mindestens 10 Mal die Höhe von einem Windrad von einem Dorf entfernt sein. Was ein bisschen schwierig ist, wenn überall verteilt in Bayern so kleine Drei-Seelen-Dörfer vorhanden sind. Dabei scheint sich Wind und Solar extrem zu lohnen. Es ist der preiswerteste Strom, laut dieser Skala. Aber der Windausbau steht quasi still. Es werden wohl mehr Windräder vom Netz genommen, als neue hinzugefügt. Dann wäre es doch ein bisschen peinlich, wenn du öffentlich mit den paar wenigen, die gebaut werden, angibst. Oh, aber warte mal, genau das hat er gemacht. Im ersten Halbjahr haben sie ganze 13 Windkrafträder beantragt. Das klingt nicht viel, aber das ist mehr als in den letzten zwei Jahren zuvor zusammen. Das ist wirklich nicht viel. Ich glaube, da muss jemand ein bisschen was unter den Keller, unter den Keller, unter den Teppich kehren. Ich glaube, da muss jemand ein bisschen was unter den Teppich kehren, was so die letzten Jahre passiert ist. Also nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt wirklich was passieren wird, weil die Wirtschaft anklopft. Söder, du hast uns günstigen Strom versprochen, Söder. Söder, du hast uns versprochen, dass Gas billig bleibt, Söder. Wo sind unsere Windräder, Söder? Wir brauchen guten, günstigen Strom, Söder. Gut, schuld sind natürlich jetzt die Grünen, weil die sind einer Macht. Und wenn man jetzt irgendwas über die Grünen in Verbindung mit Ideologie sagt, dann schluckt es die Wählerschaft schon, ne? Gut, dass wir uns in den letzten 16 Jahren, wo seine Partei übrigens mitregiert hat, immer abhängiger gemacht haben von russischem Gas, kann man jetzt nicht einfach mit einem Sündenbock unter den Teppich kehren. Dafür braucht man auch Lösungen. Oh, und da liefert Söder ganz toll. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Fracking? Aber nicht in unserem schönen Bayern, sondern da oben irgendwo im Norden. Ist schon ziemlich schlau. Ich meine, Fracking kann schon zu so kleinen Umweltkatastrophen führen. Just like that. Und wenn die Nordsee nicht mehr so schön ist, fördert das sicher den Tourismus in Bayern. Die Regierenden im Norden waren halt nur so Yo, Diggi, was laberst du hier für ein Scheiß? Wie wärst du, wenn du mal dein verdammtes Maul hältst? Vor allem, du kannst nicht einfach für ein paar Monate fracken, um irgendwie das Defizit im Winter auszugleichen. Wenn wir anfangen zu fracken, dann heißt das, wir würden eine ganze Weile fracken. Frackety-frack-frack. Frickety-frack. Aber unser Ziel ist es doch, so weit wie möglich vom Gas wegzukommen. Das ist einfach das Besondere an Söder. Du wirst wohl keinen einen Politiker finden, der so viele andere Bundesländer ankacken kann, weil er in diesen Bundesländern ja überhaupt nicht gewählt werden kann. Aber eventuell will er ja Bundeskanzler werden. Oh. Sein nächster Vorschlag war Kernenergie. Rick, warst du duschen? Ich bin so nass. Gott verdammt. Prinzipiell kann man sagen, Kernkraft ist ein Argument. Hat natürlich seine riesigen Nebenwirkungen, worüber man mit seinen Apothekern drüber reden sollte. Aber die Angst ist jetzt, wenn man Atomkraft runterfährt, dass dafür die Kohleenergie hochgefahren wird. Und die haben ja auch ihre riesigen Nebenwirkungen. Und die kann man ja miteinander abwiegen. Aber eine Nebenwirkung von Atomkraft ist auf jeden Fall Müll. Ziemlich ungeiler Müll. Richtig ungeiler Müll. Und der soll natürlich am liebsten nicht nach Bayern. Ein weiteres Ding ist, wir brauchen das Gas, vor allen Dingen für industrielle Verfahren und Heizungen. Du kannst eine Gasheizung nicht mit Atomstrom befüllen. Also wenn Söder irgendwie Atomstrom in einer Gasheizung verbrennen kann, dann ist er irgendwie Energy Jesus. Er verwandelt nicht Wasser in Wein, sondern Strom in Gas. Aber was Atomstrom betrifft, wechselt er eh gerne seine Meinung. Woher hieß es schon, oh, wir brauchen Atomstrom für Klimaschutz. Dann hieß es so, Atomstrom rausstieg, da war ich voll dahinter. Und ja, er sagt halt, was ankommt und macht dann irgendwas anderes. Ich meine, das einzige Gute, was ich von ihm zeigen kann, ist das hier. Es ist schon Alpha. Alpha ist Fuck. Und wenn irgendjemand mal Söder gewählt hat, weil er sich als Shrek verkleidet hat, dann möge ihm Gott was sein. Das kann ich verstehen. Aber die schlimmste Entdeckung, die ich bei der Recherche zu diesem Video gemacht habe, ist, der Typ ist gar nicht alt. Er ist 55. Ah, ich gehe irgendwie davon aus, dass der Typ irgendwann mal versuchen wird, Bundeskanzler zu werden. Und wenn der Bundeskanzler wird, dann geht dann einfach 100% der Steuergelder nach Bayern. Dann geht alles nach Bayern. Dann, Gott, Gott, nein. Das wäre noch schlimmer als Olaf Scholz. Nein.